An diesem Wochenende wird sich die Landespartei in Thüringen zu einem Landesparteitag treffen. Auf diesem Landesparteitag wollen wir die Weichen stellen für ein Regierungsprogramm. Wir sagen der schwarzen Traurigkeit der Althausregierung den Kampf an. Wir wollen deutlich machen, dass wir an der Seite der Menschen Alternativen entwickeln und dass wir angesichts der Finanzmarktkrise deutlich sagen, auf die Menschen kommt es an. Wir müssen mit den Menschen Landespolitik entwickeln und uns nicht von der Spekulation und der Spekulationsblase die Zukunft zerstören lassen. Deshalb wird es Zeit, dass Thüringen eine politische Wende bekommt. Eine Wende, bei der schwarze Traurigkeit beendet wird, durch eine Landesregierung, die sich aufmacht, längeres gemeinsames Lernen in den Vordergrund zu stellen. Eine andere Form von Bildungspolitik ist unser Credo. Und eine andere Produktion von Energie soll uns geleiten. Wir wollen klar sagen, die 380 KV-Leitung durch den Thüringer Wald ist eine Katastrophe und es gibt Alternativen dazu. Wir sind bereit, als Ministerpräsidentenkandidat trete ich an und ich bin bereit mit meiner Landespartei gemeinsam deutlich zu machen, Dieter Althaus gehört in die politische Rente, in die Opposition.